Ich bin Scott und Hallo und Herzen Licht und Willkommen zurück zu Let's Play Epic Raps. Dabei ist der Liebe. Apo! Genau, und ja, endlich mal wieder, nach 10 Jahren, wieder Aufnahmen machen. Oh mein Gott, und oh, die Framerate sieht nicht gerade toll aus. Egal. Bei mir geht das eigentlich so. Ich würde mal sagen, du gehst in dein Häuschen weiter und basteln. Und, ja, ne? Kennt man ja. So. Oh, okay, sexy water, danke, du hast mir eine Schneise reingebaut. Cool gemacht, danke. Wenn ich in... Wasser? Bei meinem Haus, der hat eine Schneise reingezogen, hier. Achso. Okay, warte, ich komme vorbei, ich schaue mir das mal näher an. Ihr baut zusammen ein Haus, oder wie? Ähm, das ist ja erstmal das untere Stockwerk. Geplant ist da eigentlich, dass das hier erstmal aufgefüllt wird. Lauter Etagen sind und dann, ähm, oben wird dann nochmal weitergebaut. Also, so einen kleinen Wolkenkratzer im, im Berg sozusagen. Genau, erstmal wird da hochgebaut. Okay. Ähm, sollen wir nicht erstmal irgendwie Schafe finden, damit mal Betten bauen können und irgendwie... Ich habe einen Schlafsack, also ich habe einen Schlafsack, aber... Und für Betten brauchen wir Eisen, also wir müssen einen Hammer bauen und für Eisen müssen wir erstmal einen Schmelzofen bauen. Und das ist... Brauchen wir für Betten Eisen? Betten sind doch ein... Ja, das... Hinter dir ist ein... Nein, 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 Peter Griffin. Scheiße, wie ich diese Mistviecher hasse, man, sie springen so unnormal hoch, ey. Tja, komm her, komm her. Alter, der hat mich angehütet, obwohl ich am Arsch der Welt war. Oh, ich habe ihn gegeben. So, ähm, ja, hier kann man nicht keine normalen Bette bauen, hier muss man, ähm, Shikimiki-Bette bauen, die so total anderen Dings haben. Also erstmal muss man solche Blöcke bauen und die kriegt man erst zusammengewürfelt, wenn man einen Hammer hat und... Dann kommt erst die Wolle ins Spiel. Aber du kannst dir einen Schlafsack bauen, soweit ich weiß, hattest du sogar einen. Ja, irgendwie habe ich ein komplett leeres Inventar, bis auf eine Pickaxe. Ach ja, du bist ja gestorben. Du bist ja gestorben. Hä, aber das ist nur eine Pickaxe, aber was ist das jetzt für eine Pickaxe? Wir brauchen erstmal einen Ofen. Also einen Schmelzofen. Das ging so, glaube ich, oder? Oder? Okay, mal schauen. So, schätze ich, so und dann so. Jawoll. Grout. So, jetzt habe ich ein bisschen Grout. Und aus Grout mache ich... Keine Ahnung was. Drogen. Alles voller Drogen. Die Welt sieht mit Drogen viel besser aus. Ich habe ja schon solche, so eine tolle Brille. Okay, okay, warte. Ich tue... Okay, man muss das schmelzen, okay. Oh, ich brauche Nahrung. Ich tue in diesem Video irgendwie so eine Warnung machen. Du kennst ja diese einen Schilder von Peggy. Dieses Video enthält Drogen. Sexuelle Anspielung. Zu viele Drogen. Sexuelle Anspielung. Und kleine Hunde. So weit kommt es noch. Und kleine Hunde. Hätte ich gewusst, wie das ausartet, hätte ich das nie erwähnt. Kleine Hunde passen ja perfekt zur sexuelle Anspielung. Nein, du dust unsere Lebensquelle vernichten. Du dust unsere Lebensquelle vernichten. Du dust unsere Lebensquelle vernichten. Ja, ich brauche... Ich will mir eine selber bauen, tut mir leid. Du dust meine Lebensquelle vernichten. Ich werde sterben. Was ist das? Das ist... Reed. Ich rauche Reed. Ja, aber kein Reed, sondern Reed. So muss das hier ablaufen. Oh ja, sexy Partner. So, das habe ich hier. Ich töte mal Schweine. Schweine haben keine Lebenszeitberechtigung. Hatten sie noch nie. Hatten sie noch nie, Johnny. Okay, so jetzt habe ich diese... Okay, warte. Wie... Was mache ich jetzt damit? Ich mache damit den hier, oder? Jawohl, ich mache den hier. Bei mir hat es mindestens 10.000 mögliche Gründe, warum gerade keine Videos von mir kommen. Das erste ist, ich programmiere einen Mod für Minecraft. Echt? Genau. Das wird auch ein bisschen so ähnlich wie Eppelcraft, nur dass es halt diese ganze Survival-Geschichten wegbleiben. Aber es werden auch tausende von neuen Blöcken entstehen. Geplant sind irgendwie so 100 Blöcke mit... Jeder wird aber gewisse Crafting-Methoden geben. Es wird dann auch neue Werkzeuge geben, wie zum Beispiel diese ganze Laser-Geschichten. Da werde ich dann so komplett neue Waffen und so. Aber die werden komplett schwierig sein, die zu erstellen. Da müssen wir irgendwie erst mal ganz Diamanten finden. Und nicht nur Diamanten, sondern halt je nachdem, welche Farbe das haben soll, dann so verschiedene Sachen. Saphire und sowas. Scheiße, meine Schaufel ist kaputt. Das ist so ein Haufen Dreck da hinten. Also ist aus Dreck gebaut. Ja, ich setze hier nur einen Waypoint. Mal kurz. Waypoint. Alles klar. New Waypoint. Apo. Enable, Enable. Und... Don't. Nein! Uhu. Uhu. Nein, 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 nein. Nein! Nein, das ist dieses kleine Mistvieh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein! Ich dachte so... Scheiße! Warum tötest du mich jetzt? Warum, Junge? Oh Gott! Das ist so ein kleines Mistvieh, was hier rumläuft. Mann, das fuckt mich voll ab. Das spawnt immer bei mir. Ja, warum? Mit so einem Schwert. Ich sammle mal deine Sachen auf. Ich stelle sie sicher. Habst du besucht? Ja, okay, du hattest ja nicht viel. Nicht viel. Oh, das ist jetzt down. Ich hab dich... Warum spawnen aber auch bei dir irgendwie solche Sachen? Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Das passiert eigentlich irgendwie ständig. Und ständig geht auch jemand drauf. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein Ein sehr toller Anfang. Weißt du, ich denke mir immer so, das Leben ist so traurig und deswegen will ich sterben. Und dann ziehst du es auch einfach so durch. Ja, eiskalt zieh ich das durch. Nein, Creeper, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Nein, bist du wieder gestorben? Nein. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Johnny, noch nicht. H1Z1 wird wirklich lustig werden mit mir. Ja, das ist echt ein cooles Spiel, also auch wenn es jetzt noch in der Early Essence ist, das ist echt geil, jetzt schon. Ja, Besiege ist auch geil, da wird man solche Belagerungselemente da so bauen und dann Leute umbringen. Leute umbringen, Leute umbringen. Ja, aber was mir da fehlt, ist irgendwie so der Multiplayer wäre da cool. Multiplayer wäre da wirklich cool. Was ist das? Hilfe! halt markiert sie da ja also stelle eine waypoint auf hast du das vielleicht im auge wie viel wir schon aufnehmen gerade nicht ich nehme nicht mit action auf leider nicht mehr action war und ist mit abstand eins der besten aufnahmeprogramm weil da ja auch noch ein timer mit so gestellt ist und sowas aber leider produziert bei mir nur fehler okay würde mich belasten ich habe mich glaube ich geht es selbst getötet mit das würde mich belasten mit der wegfindung jetzt habe ich noch ein bisschen hier sand gefarmt jetzt geht es nicht los ein herz scheiße spinne 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 und ich habe ge- wenn du ein herz wenn du ein herz hast dann lass dich lieber töten des bringt nein ich muss überleben spinne lass mich spinne lass mich ja aber ich habe auch sowieso nicht viel weg hinter mich gebracht weil ich in die falsche richtung gerannt bin ja das gar nicht so einfach hier überleben ist zu überleben das ist sache so ein bisschen monsterfleisch hier essen ich bin auch ein bisschen müde hört man vielleicht dann solltest du früh ins bett gehen und nicht erst mir um 23 uhr keine ahnung oder was 20 uhr oder keine ahnung was du mir geschrieben hast naruto gucken naruto inoyashi inoyashi soo schmeiß mir mal den dreck hier raus und ok was machen wir jetzt da auch schon fast mit der hab erst da gestern angefangen und bin da schon mit der staffel fast fertig alter du suchtest das ja bis zum geht nicht mehr ich bin allgemein so bei animes zb soldat online habe ich komplett in einer nacht durch geschaut alter also die erste staffel also ja trotzdem unnormal warte wieso geht das jetzt nicht warte wie ging das noch mal daro achso ich muss das erst praten die scheiße so dann sollte ich hier noch ein paar fensterchen was ist es was ist es treibstand oder was mut ist das was ich nicht habe was was du nicht hast genau send 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 oh was ist das das sieht geil aus wo ist die water ich glaube ich meine ganzen bergum irgendwie lauf ich immer anders irgendwie lauf ich immer anders wie meinst du das ich lauf durch biome die ich sonst noch nie gesehen habe abwechslung abwechslung muss auch sein ja hier seht ihr tausend wege zu unserem standort zu kommen die tausend wege um ins gras zu beißen ja nur bei asb.de naja allgemein ich glaube ich wäre würde schon längst gerade irgendwie beobachtet warum weil ich gerne witzel dabei über sowas machen überbomben und sowas ok und gleich kommt FBI bei dir und SWAT einheit und hast du nicht gesehen ne wirklich wenn ich zum beispiel zum beispiel mit max telefonier die machen da öfters mal witzel so ach wir legen dort jetzt ne bombe oder sowas halt ihr legt es drauf auf wer legt jetzt ne bombe im weißen haus und dann kommt FBI vorbei ich weiß nach 10 harten jahren endlich seid ihr gekommen ok ja dann sind da haben wir schon einiges an zeit drin ok mein handy hat noch 3 prozent akku ok super ok diese aufnahme warte willst du erst zu Ende laufen oder erst in der nächsten folge vielleicht mach ich das auf screen lieber oh ein friedhof ok ok scheiße alter was sehe ich denn da ist ein friedhof ist das echt hey 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 lass mich in Ruhe was bist du was bist du nein stirb verrückt das ist ein geist das ist ein ghost ghost in the shell ich banne dich ich banne dich ich banne dich ich schwörs dir ich banne dich wenn du noch mal stirb ernsthaft alter was ist das was von ein mädchen von ein mädchen oh mein gott da alter ne nein 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 ich lass mich halt gern von ein mädchen schlagen auch das das wollte ich gar nicht wissen Mann ich lass mich halt gern von ein mädchen schlagen ich lass mich halt gern von ein mädchen schlagen Alter du kranke Sau oh mein gott ey egal Leute das war's mit der Folge wir sehen uns in der nächsten haut rein schalt ein hier war der Apo ciao das war's von mir sayonara